Tor 2 David Kuchheider, Eispiraten Grimitschau im Auswärtsspiel bei den Tölzer Löwen am 45. Spieltag. Einen Stockfehler des Tölzer Verteidigers nutzt er aus und startet seinen Konter. Mit einem wuchtigen Schuss ins Kreuzeck überwindet er den Schlussmann. Da muss man schon genau hinsehen. Ein tolles Tor, welches ihn in die Top 6 bringt.